Alles klar ihr Pflaumenpflücker oder was? Alles fit im Schritt? So, ich muss mal kurz auf entspannt mein Typico Stream, äh mein Typico Stream, ja moin, äh mein Typico Schein überprüfen. Strasburg, Racing Strasburg, 4-3-0, habe ich auch auf Strasburg getippt. Hannover, Bochum habe ich auf Hannover getippt. Alle anderen Spiele fangen ja später an. 1-0, nee, laber nicht. Ist die 2. Bundesliga schon Anpfiff oder was? Ja, korrekt. Nein, Bochum hat ein Tor gemacht. Oh, und ich habe auf Hannover getippt. Ey, meine Fresse. Oder habe ich auf Hannover getippt? Doch, ja. Wenn Bochum gewinnt, ist der Schein sowieso für den Arsch. 1-1, korrekt, Freunde, danke. Tor für Hannover. So lobe ich mir das. Bochum, Alter. Und zwischen RC Lenz und Clermont steht es immer noch 0-0, Alter. So eine Scheiße. Scheiße, Alter. So eine verfickte Scheiße. So wie es ausschaut, bringt mir die französische Liga das Gemick. Belastend, Digga. Belastend. Lenz 1-1, ernsthaft? Ja, Mann, geil. Kommt noch ein Tor, ihr Fotzen. Boah, ist ja geil, wenn der Schein kommt, Digga. Dann hätte ich mal ganz geniegen Tausender gemacht. Lenz 2-1. Mach keinen Scheiß, Digga. Boah, das wäre geil, Mann, ihr Fotzen, wie ihr Troll. Gar nichts 2-1. Nix da. Ernsthaft? Bei mir wird es nicht angezeigt. Ne, ist nichts 2-1. Fotzen. Jetzt ist ein Tor gefallen. Digga, wenn da jetzt jemand noch mal mich verarscht, der kriegt ein Bann. Was für Tor, Schwachsinn. Was für 2-1. Ja, ja, korrekt, Digga. Nice. Hört mal zu. Strasburg, US Orleans. Haben wir Sieg. Strasburg. Richtig. Mach mal einen Haken hinter. Hannover gegen Bochum. Haben wir auf Hannover getippt. Richtig. Haken dahinter. RC Lenz gegen Clermont Food. Haben wir über Tore. Über 2,5. Das heißt, es müssen mindestens 3 Tore fallen. Check. Haken. SD Eiber gegen FC Granada. Über Tore. Mindestens 3 Tore. Haken. Burn Mouth gegen Manchester City habe ich Handicap getippt. Das heißt, Manchester muss mindestens 2-0 gewinnen. Das heißt, ich brauche ein Tor noch von Manchester. Dann habe ich mit einem Fuffi einen Tausender gemacht. Und das wird schmecken. 11er? Für wen? Labert. Mach keinen Scheiß, Alter. Digga, gibt es hier nicht irgendwo, wo ich es live gucken kann? Mann, warum kann ich das nirgendswo sehen jetzt? Ah, 2-0. Ernsthaft? Mann, warum kann ich das nicht... Wo kann ich das jetzt sehen? Ich muss das jetzt sehen, Digga. Es geht um einen verfickten Tausender. Digga, schmeiß meinen Fernseher an. Link ist schon drin. Wie weiß, wo ist ein Link? Oh ja, korrekt. Korrekt, gerade da... Boah, lau, bitte! Tausender, Digi! Au, die Scheiße! Nein, noch 20 Minuten, Digga! Es gibt Ärger mit Twitch. Ja, dann muss ich aber bei mir schnell den Fernseher anmachen, Freunde, doch mal. Kommt sofort wieder. Fernseher an! Scheiße, nochmal! 20 Minuten noch, Alter! Scheiße! Die haben die Rechte verloren. Solche Fotzen. Bibel TV, fick dich, ICKiller. Hier, einfach nur ein Fick dich. Ja, wohin, meine Facecam hat sich aufgehangen. Ey, diese scheiß Facecam! Gar nichts 2 zu 1, ihr könnt mich mal. Fickt euch. Ohne scheiß Livestream. Und dann frage ich mich wieder, warum soll ich eigentlich gleich nochmal Headsets verlosen? Wenn ihr die ganze Zeit mir auf den Sack geht, dass 2 zu 1 ist und ihr mich verarschen wollt. Ja, die Taschentücher sind für euch, weil ein Headset? Habe ich gesagt, ich verlos heute noch ein Headset? Das war nur ein Troll, Digga! Das war Kappa Klaus Nikolaus! Wisst ihr was? Das gönne ich euch, wenn der Stream jetzt richtig schön leckt. Wenn er richtig schön leckt. Oh, schöne Chance. Komm schon! Ah, ficken. Schön, komm! Boah! Scheiße! Der Schein brennt. Ja, ich merke das schon, Digga. Ich brauche jetzt eine Nervositätszigarette. Lien-Spiel wurde abgebrochen. Wahrscheinlich wurde es abgebrochen. Das einzige, was abbricht, ist euer Krüppelpimmel, wenn ihr versucht, das erste Mal eine Ponita euch zu gönnen. Was macht der Torwart da? Ist er behindert! Oh, schöner Pass. Komm schon, lauf! Scheiße! Nochmal Ecke, gut. Hey! Oh! Mann! Fuck! Abseits! Muss jetzt hier alleine für mich sein. Ich schrei nicht so dumm rum, Alter. Digga, ich schrei so viel rum. Dich, Dossel! Du Ficker! Scheiß auf deine Ohren! Schön, Sane! Foul! Du Hund! Schöner Pass kommt auf, Sane! Hey, Mann! Die Tipps sind alle richtig. Wir gehen die gleich nochmal zusammen durch, aber ich bin mir fast sicher. Strasburg gegen Orleans hat gewonnen. Strasburg, habe ich getippt. Tipp 1. Hannover, Bochum auf Hannover. Tipp 1, richtig. RC Lienz gegen Klirmund. Über Tore 2,5. Richtig. SD Eibach gegen SC Granada. Über Tore 2,5. Richtig. Burn Mouth gegen Manchester City. Handicap mit einem Tor auf Burn Mouth auf City. Richtig. Schön, Kammerin! Halt! Pfeif doch! Ja! Ja, Mann! Du sie in meine Tasche, Freunde! Yippie! Ja! Nice, Mann! Korrekt, Alter! Bam, 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 bam! Wieder zugeschlagen! Korrekt! Nice, Mann! Korrekt, Alter! Oh, jetzt bin ich aber ganz aus dem Häuschen, Digger! Direkt erst mal mein Kollege Pätschen. Ich bin aus dem Häuschen! Wie ist es? Wie ist es? Ja! Wie ist das? Vielen Dank.